Können Sie sich eine Welt ohne Musik vorstellen? Ohne Kunst? Oder Tanz? Eine Buchhandlung, die nur ein Buch verkauft? Oder eine Welt, in der alle Kinos nur einen Film zeigen? Es wäre nicht die Welt, in der wir leben wollen. Denn Musik ist viel mehr für uns als nur Musik. Kunst ist mehr als nur Kunst. Und Tanz ist mehr als eine Bewegung unseres Körpers. Er bewegt unseren Geist. Er bewegt unsere Seele. Kreativität kann weitaus mehr bewegen als nur unsere Körper. Denn Musik ist viel mehr für uns als nur Musik. Sie hat die Kraft, unsere Gesellschaft und Wirtschaft zu bewegen. Denn wenn wir in Kreativität investieren, können wir Gesellschaften verändern. Die Musik, die Sie hören, beginnt mit Musikern, die ihre kreativen Ideen in Texten und Melodien ausdrücken. Der Film, den Sie sehen, entsteht durch Produzenten, Regisseure, Schauspieler, Kostümbildner, Lichttechniker und viele andere. Das Buch, das Sie lesen, wurde in einer Buchhandlung verkauft, in einer Bibliothek ausgeliehen oder aus dem Internet heruntergeladen. Der Rhythmus, zu dem Sie tanzen, bewegt Sie und bereitet Ihnen und tausend anderen Freude. Das Zusammenwirken so vieler Menschen schafft neue Arbeitsplätze, Märkte, Ressourcen und Partnerschaften, die die Kraft der Kreativität vervielfachen. Und das treibt auch die Wirtschaft voran. Wenn wir Kreativität fördern, fördert die kulturelle Wertschöpfungskette auch das individuelle und kollektive Wohl und Selbstbewusstsein. Sie verbindet und stärkt Menschen und ganze Gemeinschaften. Aber um das zu erreichen, müssen Kulturschaffende unterstützt werden. Deswegen unterstützt UNESCOs Internationaler Fonds für kulturelle Vielfalt Projekte, die die kulturelle Wertschöpfungskette stärken. Ihr Beitrag zum Fonds unterstützt die Entwicklung von Maßnahmen und Aktionsplänen für die Kulturwirtschaft in Entwicklungsländern. Unterstützt Unternehmertum und Unternehmensentwicklung, die zu weltweitem Lebenwandel beitragen. Unterstützt Projekte, die neue Technologien und Innovationen nützen. Stärkt Menschen und soziale Gruppen und gibt ihnen den Schlüssel zum Erfolg. Der Fonds ist die Plattform für internationale Kulturkooperation der UNESCO-Konvention von 2005 über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Er ermöglicht innovative Nord-Süd-Süd-Partnerschaften. Zum Fonds beitragen heißt, in Initiativen in Entwicklungsländern zu investieren, die lokal entwickelt und umgesetzt werden und damit nachhaltige gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Sie kennen die Kraft der Kreativität, denn sie ist es, die uns bewegt, mit der wir ausdrücken, was wir empfinden, die uns näher zusammenbringt. Eine kreative Gesellschaft kann all das und noch viel mehr, als sie sich vorstellen können. Mit ihrer Unterstützung für den Fonds stärken sie die Kraft der Kreativität und werden ein Teil dieser Bewegung. Investieren sie in Kreativität und sie verändern Gesellschaften. Unterstützen sie den Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt und verändern sie die Welt. In Kreativität investieren, Gesellschaften verändern. Seien sie Visionär. Engagieren sie sich.